Äh, ja. Ach so. Ah, so ist es. Okay. Scheiße, ich muss das sammeln. Verdammt. Jetzt macht er die Steine auch schon kaputt. Aber warte. Okay, ich mache einfach weiter. Solange bis ich nicht mehr kann. Ich habe über 30 Minuten schon. Ich habe schon sowieso alles gesprengt. Darf er das eigentlich machen? Ah, ich hasse dich. So, ey, darf er das wirklich kaputt machen, alles? Okay. Egal, jetzt weiß ich ja sowieso, wie ich ihn besiegen muss. Ich weiß ja sowieso, wie ich ihn besiegen muss. Aber wartet. Okay, es geht weiter. Ich habe ja Safestate gemacht, zu Glück. Und da mache ich halt sofort weiter, sonst muss das ja länger dauern. Komm her, du scheiß Riesenkopf. Ach, Mann. Komm nochmal. Okay. Wieso machst du den Boden kaputt? Was hat der Boden dir getan? Okay, tot? Nein, ist noch nicht. Ist noch nicht tot. Ey, hör auf, den Boden kaputt zu machen. Der hat dir nichts getan. Okay, gewonnen. Meins. 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 Kriege ich noch die Mützen, die links sind? 164. Äh. Okay. Ich riskiere es nicht. Ich riskiere es gar nicht. Es geht einfach weiter. Okay, beeil dich mal. Okay. Das haben wir jetzt auch geschafft. Super. Was kommt als nächstes? Wartet. Okay, es geht weiter. Ich glaube, das ist der letzte Level. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Ich habe sowieso über 30 Minuten, dann kann ich gleich weitermachen. Äh, du bist weg. Über 30 Minuten schon aufgenommen. Boah. Boah, das ist Hardcore. Boah, du bist weg. Äh, ja. Was passiert, wenn man den zu fressen gibt? Also, die essen das auf. Wikinger. Okay, Wikinger hoch zwei. Ach, nicht die Teile wieder. Okay. Verpässe dich. Verpässe dich. Raus. Und was gibt es hier Schönes? Ah, den rasenden Turbo-Dreher. Krokodile? Scheiß Krokodile. Ich hasse euch jetzt schon. Äh, schmeiß Fliegen? Hattet ihr, die kenne ich doch von irgendwoher? Hast du die Wahl von Super Mario Advance 2? Dann, äh, ja, glaube ich jetzt mal. Geschafft. Ey, dieses Letztball habe ich in, wie viel Parts durch? Ich glaube, sieben Parts oder so, denke ich jetzt mal. Kann ich auch da rein? Nein, okay, da rein. 15 minuten, äh, 15 minuten, ach, Münzen habe ich ja schon. Bitte, 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 bitte. Finde dich. Jetzt muss 7,5 rauskommen. Nein, ist nicht. Ist ja nicht. Bidi, bidi, bidi. Jetzt muss aber 3,5. Okay, verpiss dich. Raus. Raus. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Nuh, nuh. Didi, 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 didi. Was kommt als nächstes? Das hier, okay. CCT Cup. Äh, ja. Okay, Robben. Robben sind auch schön. Äh. Robbe, Robbe, Robbe. Robbe, Robbe. Du, basta. Hm, ich bring dich um. Ich bring dich um. Äh, ja. Er kann mir jetzt nicht da drin folgen, oder? Okay, Flammenwerfer. Ist ja so logisch, dass ich Flammenwerfer unter Wasser machen kann. Okay, ich werde jetzt wieder größer. Äh, ja. Wohin mit mir? Wo geht denn meine Reise hin? Ach, das bringt nichts. Ähm, ja. Geschafft. Äh, fall runter. Ach, wieso springst du da hin? Wieso? Was hab ich dir getan? Äh, okay. Okay, geschafft. Schmeißfliege. Was machen die eigentlich? Nichts, oder? Geschafft. Äh, schmeißfliege. Flammenwerfer. Was passiert, wenn man die tötet? Nichts. Okay. Okay, es bringt also ganz und gar nichts, wenn man die tötet. Nur unseren Spaß haben wir damit. Okay. Hm. Äh. Wie soll ich jetzt da rauskommen? Ach, Mann. Verdammt. Ich hab mich schon gewundert, warum man da nicht... Ah, ich hab jetzt geschafft. Okay, ich hab's geschafft. Okay. Okay. Äh, nein. Aber... Einfach mal trotzdem versuchen. Vielleicht krieg ich ja wenigstens ein paar Münzen. Vielleicht noch ein paar. Okay, 14 Münzen hab ich. Super. Super, super, super. Und raus. Raus, hab ich gesagt. Dankeschön. Danke, danke, danke. Dir, 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 dir. 58, dir, dir, dir. Okay, aber wartet. 37 Minuten hab ich aufgenommen. Aha. Äh. Ähm, okay. Habitag. Ach, verpiss dich, du. Egal, jetzt bist du tot. Häh. Verbrennen. Ich spüre meine Macht. Stopp. Hm. Okay, Leben dazu. Ich hab grad mit mir, ich hab bisher kein Leben verloren. Oh. Der ist eine Höchstleistung von mir. Äh, er kann so hoch springen im Wasser, okay. Das find ich mal echt, jetzt eigentlich mal klasse. Und er kann jetzt fliegen. Hm. 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 Okay. Gespeichern. Habe ich keine Münzen gesammelt? Scheiße. Äh. Okay. Rägt dich, du Bastard. Verdammt. Verdammt. Ich hasse dich. Ich konnte nicht speichern. Verdammt. Hier muss ich überleben. Die ganze Zeit. Ähm. Ja. Okay. Okay, jetzt habe ich wieder einen Flammenwerfer. Super. Aber ich glaube, da bringt mir momentan auch nichts. Doch, er hat mir was gebracht. Nichts. Ohne zu sterben habe ich das auch geschafft. Super. Super, super, super. Und sieh nicht so. Du kriegst schon dein Geld. Okay. Zehn Tonnen Gewicht. Und er hat keinen Knochenbruch. Hm. Die Logik im Mario-Spiel ist ja so. Hasse dich, verpiss dich. Raus. Raus. Raus mit dir, habe ich gesagt. Raus. Lass dich einfach nicht verarschen von diesen Dingern. Verarschen dich sowieso die ganze Zeit. Und was kommt denn jetzt? Die vorletzte Stage, denke ich jetzt mal. Das war jetzt ein Fehler. ja okay münzen habe ich jetzt momentan die haben wir lange nicht mehr gesehen und rein rein sind getümmel könnte da rein nein okay dass nur eine komische tür die angemalt wurde okay wir gehen mal da rein wo kommen wir denn hier lang wir sind jetzt ein hasen irgendwas teil okay da raus denke ich jetzt mal wo bin ich denn jetzt gelandet shaki die andere version ach egal ich gehe jetzt wieder raus sind wohl nichts gebracht raus raus mit uns und was gibt es hier so ist es also okay da braucht man einen schlüssel habe ich nicht dann muss ich wieder raus also nein wieder dahin aber den linken weg ein bär mit einem messer verpiss dich muss weg dieses spiel wird immer interessanter mit die komischen monster teilen kannst du einfach nicht runter wie mario nein kannst ja nicht du unfäger irgendwas was ist eigentlich mario und dann war hier oder die anderen teile wie die heißen gewiss weg wartet okay es geht weiter okay wir sind ganz geschickt über ihn geflogen und noch mal jetzt da raus das ist ein speicherpunkt okay gespeichert wo geht es denn hier lang ähm ähm ja ähm ähm weg ey bin ich jetzt wegen Münzen reingekommen oder was verpiss dich raus mit uns das hat mir nichts gebracht weg habe ich jetzt mitgenommen oder was hast du nein okay daraus da rein okay leute es geht weiter und jetzt rüberfliegen einfach okay wir haben es geschafft ja okay wir haben es geschafft und wir haben sowieso nur eine minute da gehen wir sofort zum boss war eigentlich doch mal bitte bitte alles klar doch was ich hör auf alles vier münzen reichen mir nicht aber trotzdem raus 365 vielleicht ja ist wohl richtig jetzt geht zum boss ist post time wartet okay ich habe also 19 sekunden insgesamt nein ja hier werde ich schon die hier werde ich die part band und wir sehen uns im nächsten part tschüss